Guck dich jetzt beim Duschen. Oh, soll ich vielleicht ein bisschen ASMR machen? Oh, call me. Oh, call me. Ha, ich bin Batman. Nein, ach komm, Mann. Wird mir stinken, wenn ich du wär. Das ist jetzt nicht euer Erntalter. Das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja furchtbar. Ich hab einen großen Tisch. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch. Ich hab CDB2 angefangen zu spielen. Hier, PH. Alles klar. Was ist denn da los? Warum ist das eine Scheiß-P-H-Fall, Digger? Ich bin immer noch ehrlich. Für die Zeit, die ich streame, werden so wenig Clips gemacht. Wobei ich finde, dass da schon viele lustige Sachen dabei sind. Das ist schon fast beängstigend. I wish that we could lose this house. Regis Route in Dr. Dumm's Flut. Ab in den Knast. Du kannst ja auch ohne Spaß Alkohol haben. Ah, ohne Alkohol Spaß haben. Scheiße. Nein. Fuck. Burger King. Was? Burger King Geld. Ich weiß nicht. Wie sagt man das denn? Wie sagt man das denn? Burger Geld? Burger Geld? Ja, Burger Geld. Du bist ein Burger. Du bist kein Burger. Goldi sagt, bleibt gesneakt. Goldi sagt, springt. Sneakt. Ja, ihr seid noch gesneakt. Scheiße. Ich bin selber manchmal blöd. Diese Todeskiste aus dem Livestream verkaufe ich mal locker und leicht für 1000 Euro. So nicht, mein Junge. Candy. Weißt du, wie sich Candy anhört? Hört sich an wie eine Dame, die sich verkauft. Hallo Candy. Mal Wichser, ey. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich stinke auch, aber nur weil du in der Nähe bist. Du bist hier? Was? Oh Scheiße. Der ist da ja wirklich. Oh mein Gott. Der ist verrückt. Der stalkt mich ja bis hier. Der hat da draußen auf der Straße im fucking Wind sein Setup aufgebaut. Und verliert trotzdem noch gegen mich ein Color Battle. So ein Stalker. Der hat nebendran, hat der sein Teleskop stehen. Und will in mein Zimmer reinschauen. Aber selbe Sand mit ner Spitzhacke abbauen. Oh, WG. Ist das Sand? Ey, das ist ja Sand. Ich dachte, ich baue hier schon Keramik ab. Ein Offi. Unser Duracellhase. Was ist er denn? Offi, bist du geflogen? Ne. Ach, da ist er. Genau, Ur. Hä? 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 Ey! Alter, wer war das? Kannst du dich jetzt mal um deinen Stream kümmern? Ich bin nur um meinen Stream. Ich zeig dir gerade meine Eier her. Problem ist halt, andere, egal, außer die Spielermenschen, die ich mag. Ja, ist auch völlig richtig Creeper. Man sollte nur die Leute beklauen, die man nicht kennt. Ah, du wolltest, du wolltest also hier Memory spielen und dann hoffen, dass jeder meine Demenz kickt oder wie. So, äh, warte, was wollten wir nochmal spielen? Ich hab's vergessen. Was fehlt denn jetzt noch? Marco? Oh Gott, das win!